Ich kenne keinen, der diese süße, leichte und wasserhaltige Erfrischung im Sommer nicht gerne zu sich nimmt. Die Wassermelone bzw. auch Honigmelone. Das Problem ist halt, dass so gut wie 99,9% nicht wissen, wie man halt eine Wassermelone eigentlich isst, ohne dabei irgendwelche Verdauungsprobleme zu verursachen. Von daher erzähle ich dir, wie du am besten eine Wassermelone isst, damit du deinem Körper auch was Gutes tust. Denkst du, es ist gut, Melonen als Dessert zu essen? Ja, da muss ich dir leider enttäuschen. Das ist nämlich ein großer Fehler, den die meisten da draußen machen, und zwar die Wassermelone als ein Dessert zu sich nehmen. Das liegt an den Lebensmittelkombinationen und den Verdauungszeiten. Bei unserem Körper ist es so, dass hier alles im Magen und im Verdauungstrakt aufgeschichtet wird. Also das heißt, das Erste, was du zu dir nimmst, wird auch als erstes verdaut. Eine Wassermelone gehört zu den Früchten, ist sehr wasserhaltig und wird vom Körper sehr schnell verdaut. Innerhalb von einer halben Stunde ist die Wassermelone bereits verdaut. Problem dabei ist, die meisten Leute essen ja sehr herzhaft. Das heißt, da haben sie halt eine Vorspeise, Suppen oder Ähnliches, da kommt dann noch Brot, dann kommt ein Stück Fleisch, Käse überbacken, so dieses ganze Sonntagsessen und dann wird zum Schluss die Wassermelone zu sich genommen. Jetzt heißt es, dass die Wassermelone drauf warten muss, bis halt die schweren Sachen verdaut werden. Die brauchen dann meistens vier, fünf, sechs, sieben Stunden, je nachdem, wie viel du halt miteinander kombinierst, desto länger wird auch die Verdauungszeit. Und das heißt einfach, die Melone, die wartet ja nicht ab, da passiert auch was. Das heißt, die wird im Magen anfangen zu gären und es bilden sich Alkohole und auch Gase. Wenn du die Melone als Nachspeise isst, verursachst du ein regelrechtes Chaos in deinem Verdauungstrakt. Von daher, weil die Melone so wasserhaltig ist und so den Früchten zählt, würde ich erstmal diese auf leeren Magen zu mir nehmen und bis zur nächsten Obstmahlzeit oder allgemeinen Mahlzeit 30 Minuten wahr. Wichtig ist, sie als Monomahlzeit zu sich zu nehmen, also kein Obstsalat, sondern die Melone so wie sie wächst. Das war's auch schon. Das sind die einfachen und simplen Tricks, die du auch gleich morgen anwenden kannst. Probier's gerne aus. Ich kann dir vergewissern, dass dadurch deine Verdauung einiges besser wird. Du hast keine Blähungen, du hast keine Gase oder sonst irgendwelche Verdauungsprobleme. Schreib mir auch gerne unten in die Kommentare, wenn du diese Tipps anwendest, wie es dir danach geht. Interessiert mich wirklich sehr. Sonst freue ich mich gerne über einen Daumen nach oben, wenn ihr dieses Video in Mehrwert gegeben habt. Gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren. Ich werde regelmäßig Videos hochladen, die zwei hier an der Seite zum Thema Permakultur oder auch Gesundheit, damit wir halt solche Früchte in vollen Zügen genießen können und unserem Körper was wirklich Wunderbares und Gutes tun können. Von daher freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen. Wir sehen uns.